Magnussen bekam den kompletten Zorn der FVA zu spüren, Stroll blamierte sich erneut mit einem Rookie-Fehler und Oliver Biermann hat alle überrascht. Wir blicken gemeinsam auf das Rennen von Saudi-Arabien zurück. Abboniert gern, Karsten, aus dem Channel. Wir beginnen direkt beim Start und was soll ich sagen, Perez hat den Start eigentlich gewonnen, aber doch in Turn 2 verloren. Leclerc hat sich da vorbeikwetschen können, doch das konnte auch später dann bereinigt werden. Verstappen unaufhaltsam vorneweg, also die Red Bulls sind wirklich das mit Abstand schnellste Autos, da kannst du auch nicht sagen. Es macht teilweise auch gar keinen Bock mehr, das Ganze zu sehen, wenn du vorne von der Spitze aus gehst. Die hat man aber auch glücklicherweise im Rennen kroppen gesehen, weswegen auch die Fights im Mittelfeld, aber vor allem auch hinten um diesen zehnten Platz einen Punkt rum, sehr spannend wurden. Apropos spannend, Turn 1 wurde ganz, ganz knapp und ja, Leclerc hat das wirklich auch eins am Spitze gemacht, konnte sich dann bis Turn 4 an. Dann, Perez wieder vorbeischlingeln und war dann mal kurzfristig vorne, bis wir dann später zu mir kommen. Oliver Biermann hat beim Start nicht so gut überzeugen können, ist auch nur vom 11. Platz reingegangen, ist aber auch langsam immer, umso länger das Rennen gedauert hat, umso besser ins Rennen gekommen. Und er konnte dann auch Ricciardo überholen und dann teilweise die Pace von Norris und auch von Hamilton halten, bis ja schlussendlich dann auch wieder Perez an Leclerc vorbeiging. Das war einfach nur eine Frage der Zeit. Leclerc einfach mit stumpfen Waffen unterwegs, der hatte keine Chance, ja, Perez hinten zu halten. Da tat er mir auch ehrlich gesagt leid. Dennoch hat es mich gefreut, dass er endlich mal wieder ein bisschen vorne war. Also, da vorne war er ja schon gefühlt das ganze Jahr noch nicht und deswegen hat es mich da echt gefreut für ihn. Endlich, 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 endlich. Ich muss sagen, es war natürlich blöd, dass der Stroll gecrashed ist, aber meiner Meinung nach hat er immerhin ein bisschen Spannungsfaktor gebracht, denn mit dem Safety Car wurde das Rennen ein bisschen spannender. Man hat ein bisschen Action gehabt, dieses Drumherum in der Box. Man hat sogar verschiedene Strategien gehabt. Also, es gab ja mit Hültenberg, Joe, Norris und Hamilton gleich vier Piloten, die sich gegen einen Stop entschieden haben und dafür weiterzufahren. Und das war halt dann wieder beim Restart dieser Spannungsfaktor. Also, hier habt ihr auch dieses Drumherum, diesen Tumult, den es da gab, in der Box. Alle dann auf weiß gegangen, wobei dieser weiße Satz hätte gefühlt zwei Renndistanzen überstehen können. Da wäre ich mir fast sicher gewesen. Hinter dem Safety Car und nicht gewohnt Verstappen hat ihn den Grand Slam vermuzzelt. Ja, denn Landon Norris ist draußen geblieben und konnte sich auch die ein oder andere Runde vorne halten, bis dann der Restart hier nach dem Safety Car endlich losging. Es gab ein bisschen hin und her, doch es schien nicht so, als ob die mit den gelben Reifen, die draußen geblieben sind, Probleme hatten. Anfangs zumindest noch nicht. Ja, da gab es ein Problem, nämlich zwischen Alexander Elbon und Kevin Magnussen. Der hat ihn nämlich, ja, gegen die Mauer quasi gedrückt. Der hat ihn keinen Platz gelassen und dafür gab es auch zu Recht die 10-Sekunden-Strafe. Aber ehrlich gesagt, ja, man muss das, man muss so hart sein. Denn das ist eine ganz heikle und sehr gefährliche Situation, die man absolut nicht unbestraft lassen darf. Doch für die zweite Strafe meiner Meinung nach hätte man vielleicht Norge zudrücken können. Da gehen wir aber später drauf ein. Peastri biss sich tatsächlich die Zähne an Lewis Hamilton aus. Da gab es einen rundenlangen Kampf, immer mit dem schlechteren Ausgang für Peastri. Der ist nie an Hamilton vorbeigekommen. Der tat mir da echt leid, auch bei den hinteren Bänken. Kevin Magnussen wurde von Yuki zu Not überholt. Warum ist das wichtig? Scheint eigentlich nicht so. Doch, Magnussen hatte eine Mission in diesen Rennen. Und die hieß Block, Blocken, 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 um den Wingman für Wilkenberg zu spielen. Warum das Ganze ist, warum dieses Ganze, wenn man hier so gefährlich war, gucken wir uns im nächsten Bild an. Denn hier geht Yuki scheinbar außen an Magnussen vorbei. Aber der wehrt sich halt mit jeder Phase, die er hat. So ist halt leider Magnussen. Bis er sich dann auch hier wieder zu spät bremst, hält dann in Turn. Warte mal, ist das 3? Ich glaube Turn 4 hat er reingehalten und musste halt auch die Kurve ein bisschen schneiden. Denn daraufhin bekam er noch eine 10 Sekunden Strafe. Und die war meiner Meinung nach nicht, ja, gerechtfertigt. Denn er hat ihn eigentlich ab diesem Moment überholt gehabt. Musste aber, konnte die Kurve nicht mehr richtig anlenken. Das Ding war halt auch, wenn man sich jetzt rückblickend dieses Manöver anguckt, war das halt alles mit Taktik bei Haas. Denn man hat Magnussen sozusagen geopfert. Der musste diesen Bremsklotz machen. Und wenn Yuki durchgeschlüpft wäre, hätte das nicht funktioniert. Sprich also, der ist teilweise 2 Sekunden pro Runde langsamer gewesen. Nur, dass sich Hültenberg den Polster rausfahren kann. Und schlussendlich dann vor dieser Kampfgruppe rauszukommen. Was hat das Ganze gebracht? Einen Punkt. Es ist um Platz 10 gegangen. Und ja, das war natürlich zu ärgern von Loren Meckis, den Racing Bulls-Teamchef. Der hat gesagt, das ist einfach unnormal, asozial, so eine Strategie. Und auch die Renndirektoren waren nicht ganz so damit. Aber ehrlich gesagt muss man sagen, Kumatsu hat ehrlich gesagt alles richtig gemacht. Es war ein toller Geniestreich, auch wenn das Ganze sehr fade wirkte. Und auch hier, der hatte das halbe Feld hinter sich. Aber schlussendlich auf der Geraden, wo die Pace vom Haast, beziehungsweise vom Ferrari-Muto da ist, konnten die ihn nicht überholen. Und das war halt wirklich ein Geniestreich, muss man sagen. Dann ging Hültenberg in die Box und er schaffte es dann tatsächlich rauszukommen. Dann später kamen auch die anderen in die Box, sprich Lewis Hamilton, Landon Norris und auch Yuki. Und später auch noch, nicht Yuki, was rede ich denn, Guan Yu-Jo ist wirklich spät reingekommen. Und auch Bottas natürlich. Nein, Bottas war, ach was rede ich denn, es war Hültenberg natürlich, der nicht noch gestoppt hat. Und ja, dann küsste mal kurz Fernando Luzer die Mauer, war aber glücklicherweise ohne Fronken. Ich fand diesen Funkspruch, I've kissed the wall, ja, ziemlich süß. Und auch gut, dass da nichts schief ging. Auch von ihm leider ein eher, ja, unscheinbares Rennen. Er tat mir ein bisschen leid. Gerade am Anfang wollte er da vorne wirklich mitmachen. Doch der Safety Cup war zur falschen Zeit draußen. Und somit hat er da leider wertvollen Boden und auch wertvolle Punkte verloren. Und ja, hier haben wir den Vater von Oliver Biermann. Und ja, Biermann, und der tat mir da echt leid. Denn der hat mitgebibbert, man hat das gesehen, gezittert. Der war ganz, ganz nervös. Und das ist echt natürlich, man darf nicht vergessen, der Pri ist gerade mal 18. Und ja, ich denke mal, habt ihr mit 18 Uhr schon den Führerschein gehabt. Und der fährt da mit einem Auto, was, keine Ahnung, 350 oder noch schnell auf der Graden fährt. Ich kann den Vater schon gut verstehen, würde ich mal sagen. Und dann war das Rennen auch schon vorbei. Lewis Hamilton und Landon Norris landeten nur auf den achten, beziehungsweise neunten Platz. Wollten dann Biermann so ein bisschen pushen. Doch das gelang ihnen nicht. Er konnte die Pace noch ein bisschen steigern. Und dadurch hat er das locker, flockig, einfach ins Ziel mitgenommen. Biermann wirklich ein sehr, sehr solider Fahrer. Für das Rappen gewann das Rennen. Man sah es nicht oft, aber es ist halt schon echt nervig, muss man sagen. Diese Red Bull haben so eine unfassbare Dominanz, dass man einfach kaum mehr Spaß hat, die Rennen zu gucken. Denn die fahren da vorne weg. Auch Pérez bekam dann noch diese 5-Sekunden-Strafe. Lächerlich. Wirklich lächerlich. Alonso musste da in der Box abbremsen. Und Alonso musste in der Box abbremsen wegen der Unsafe-Release von Pérez. Und der fährt da, keine Ahnung, mit 18 Sekunden Vorsprung vor Schalde klären die Box. Also die Konkurrenz ist einfach teilweise eine halbe Sekunde zu langsam. Und es macht halt auch wirklich, macht euch das noch Spaß. Selbst wenn ihr Red Bull oder Verstappen-Fans seid. Es ist einfach langweilig, wenn tatsächlich die Spitze so extrem schnell ist, dass das kaum mehr interessant ist. Ich fand die Fights früher, also Mercedes war auch schon langweilig, muss man sagen. Doch bei denen gab es dann immer noch diesen Faktor, wer von beiden. Denn, weil auch doch Rosberg und Hamilton damals fast auf dem gleichen Niveau waren. Später dann Bottas gerade zur Anfangszeit auch noch mitreden konnte. Und dann natürlich auch noch nicht immer die Mercedes on Point waren. Aber die Red Bull, die machen es nicht mal spannend. Da ist wirklich immer, wir geben vor, wir zeigen, was wir können. Und das soll absolut keine Beschwerde sein. Dennoch finde ich es ein bisschen fade. Ja, Points für Oliver Biermann im Debüt mit dem siebten Platz. Ganz tolle Leistung, wirklich top, top Job von dem Briten. Er ist natürlich auch zu Recht der Driver of the Day geworden. Denn meiner Meinung nach gab es keinen besseren für diesen Posten. Und hier haben wir nun das finale Klassement. Ja, man darf natürlich jetzt auch nicht Pierre Gasly außen vor lassen. Denn der Arme wollte nicht mal das Rennen starten. Nein, war natürlich nur Spaß. Er hatte schon in der Einführungsrunde Getriebeprobleme und musste dann leider ganz früh aufgeben. Das tat mir tatsächlich leid. Aber ehrlich gesagt beleide ich ihn. Denn so musste er sich dieses Fiasko Otto einfach nicht antun. Denn die waren sowieso chancenlos und hatten keinen Moment irgendwie Chancen auf Punkt. Der Alpine ist wirklich außen vor. Wir fangen auch natürlich hinten an mit meiner obligatorischen Einschätzung des Fahrers und natürlich auch meiner persönlichen Note zu diesem Fahrer. Und da haben wir nun Guan Yu-Chi auf dem 18. Platz. War eigentlich nicht so schlecht dran. Ich würde auch mal sagen, man hat auch bei der Strategie, hätte man das Ganze ein bisschen besser lösen können. Der ist meilenwert hinter Botos rausgekommen. Und so gebe ich dem Fahrerisch war es nicht so schlecht. Man sah ihn halt kaum. Ich gebe ihm eine 3. Er ist mittelmäßig, würde ich sagen. Valtteri Botos. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, der konzentriert sich eher auf seine Haare und auf seinen Lifestyle anstatt aufs Rennen. Im Qualifying schon von Joe unterbutt worden und auch im Rennen war es jetzt keine Glanzleistung. Ich mag Botos, aber ich glaube, der muss sich mal wieder ein bisschen fokussieren. Denn der Sport sollte im Fokus stehen, bei ihm nicht sein Lifestyle. Der bekommt eine 4, also tatsächlich, da wäre mehr drin gewesen. Auch Riccardo, dieser Spin in Turn 1. Ja, ich kann es verstehen, dass er da ein bisschen verzweifelt war, weil eben auch dieser Magnussen Train ihn da ein bisschen abgefuckt hat. Aber dennoch, was soll ich sagen? Der bekommt für mich eine 4. Da habe ich ihn echt schon besser gesehen. Jürgen Sargent war unauffällig. Dachte echt, dass wir von dem einen Crash sehen oder irgendwas sonst. Dennoch muss ich echt sagen, solide gefahren. Und für seine Verhältnisse eine 2 tatsächlich. Auch Yuki, der tat mir so unheimlich leid. Der muss ja geflucht haben bis zum Gehtnichtmehr in dem Auto. Gerade als dieses Divebomb-mäßige Manöver von Magnussen kam. Also ich gebe denen auch eine gut gemeinte 2. Er ist ein solides Rennen gefahren und hätte das Manöver gegen Magnussen da ausgereicht, würde ich mal sagen, wäre der auch easy vor Hültenberg ins Ziel gekommen und hätte Punkte geholt. Das tat mir echt leid für den Japaner. Ester Bonocon, der hat bestimmt alles aus dem Alpine Ross gekratzt. Auch ich würde mal sagen, strategisch hat man es ganz gut gemacht. Der bekommt für mich eine ganz klare 1. Denn mit dieser unfahrbaren Kraxen auf dem 13. Platz, das ist für ihn vermutlich schon wie ein Win, oder? Also so knapp von den Punkten. Magnussen, ja, was soll ich sagen, zweimal 10 Sekunden strafen, den Train gemacht. Die Divebomb, natürlich hat er alles getan, um Hültenberg den Punkt zu ermöglichen. Aber das muss nicht, das muss echt nicht sein. Für mich bekommt er eine 4 Minus. Es tat mir leid. Ich bin kein Fan von solchen beschissenen, ja, von solchen beschissenen Aktionen. Albon, auch eine klare 1, Bro, mit dem Williams auf 11 fahren. Das ist einfach insane. Aber natürlich hat er auch davon profitiert, dass Magnussen alle eingebremst hat. Hültenberg, ja, man kann es ihm nicht vorwerfen. Er hat wirklich eine gute Leistung gezeigt. Hat sich gegen Albon durchgesetzt. Und vor allem, ja, der bekommt von mir eine klare 2. Also wirklich toller Job. Toll, toll, mega Job. Das geht einfach. Da kannst du auch nichts dagegen sagen. Dann haben wir Nico, ah, Lewis Hamilton. Ja, wenn die Strategie aufgegangen wäre, hätte man tatsächlich bei Mercedes große Chancen auf wertvolle Punkte gehabt. So, ja, hat Landon Norris mit seinem Waving auf der Kraten und dann auch mit dem schnelleren Auto hat er das dann easy mitgezogen. Ja, was soll ich sagen, Lewis generell ein sehr schwacher Saisonstart. Das erste Wochenende war schon echt grenzwertig, aber jetzt auch wieder. Ich gebe ihm echt eine 4. Das tut mir zwar leid, aber Hamilton war tatsächlich schon wesentlich besser. Er hat vermutlich seinen Kopf schon mehr bei Ferrari als sonst was. Und das ist halt einfach nicht okay. Konzentrier dich auf deinen Job, Bro. Landon Norris, ja, ebenfalls. Strategie wäre cool gewesen. Wäre man am Beermann vorbeigegangen, eventuell dann auch noch an Russell. Nur ich glaube auch, dass man sich ein bisschen verpokert hat. Zu spät, eine Runde zu spät reingekommen ist. Und deswegen, ja, ist da bei mir, ja, ich sage zwar 3, denn der McLaren sieht mir nicht so stark aus wie der Ferrari. Nicht so stark aus wie der Mercedes. Dennoch, ja, auch dieses Waving. Nein, wir geben eine 4. Es war einfach auch nicht stark von ihm. Beermann, eine klare 1 im Debütrennen auf den siebten Platz und hat da einen siebenmaligen Weltmeister hinten gelassen. Das geht einfach nicht besser. George Russell, auch da, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch wieder das Maximum von Mercedes. Also, der hat da wirklich eine solide Leistung gebracht. Russell von mir eine klare 2+. Wirklich mega gut. Und da kannst du auch kaum mehr eine bessere Leistung bringen. Es ist ein Mercedes. Und das ist halt nun einfach mal die fünfte Kraft. Wobei, er hätte tatsächlich die Chance noch gehabt, Alonso zu überholen. Denn der ist, glaube ich, von der Hackordnung her noch ein bisschen weiter hinten. Da kommen wir auch direkt zu Alonso. Eine klare 1. Ich meine, auch wenn, ja, dieser Kuss. Aber ich meine, was willst du machen? Es ist einfach mal ein sehr anstrengendes und langes Rennen. Und er ist auch nicht mehr der jüngste Fahrer. Eine klare 1. Wirklich. Auch Peastri. Sehr, sehr starkes Rennen. Auch wenn er sich da tatsächlich oft gegen Hamilton durchsetzen musste. Das eine Mal quasi abgedrängt wurde. Hat er sogar noch so ehrenhaft den Platz wieder an Hamilton zurückgegeben. Also tatsächlich, das war wirklich eine solide Leistung. Der bekommt von mir safe eine 1+. Leclerc tatsächlich auch eine 1. Ich glaube, da vorne kann ich jetzt auch nichts mehr anders geben. Auch wenn er da diese 20 Sekunden auf Perez hatte, muss man dennoch sagen, er ist einfach die zweite Kraft. Da kann man auch nichts dagegen sagen. Perez, solides Rennen gefahren. Hat ja auch in seinem Maßen vermutlich das Maximum rausgeholt. Und war teilweise am Ende dann sogar schneller als der Teamkollege. Auch eine 1. Und für Starben klar auch eine 1. Was sagt ihr zum Rennen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert gerne kostenlos den Channel. Und schaut euch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Für heute soll es das mal gewesen sein. Bis morgen oder später hier. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.